Meine Damen und Herren, nach Ihrer großen Europa-Tournee sind Sie wieder in Berlin. Ach du meine Jüte, wie die schon aufgedonnert sind. Die hörens als eher Beethoven-Wagen ab, weil er wo ankommen. Das hätten wir für diesen Anlass ein sehr wehrsales Programm zusammenstellen sollen. Die Familie zu haben es. Applaus 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 ARD Text im Auftrag von Funk